Ahoi Piraten und Batrosenbräute. Es ist kurz vor Weihnachten und ich muss die Bude auf Vordermann bringen, da meine Eltern zu Besuch kommen werden. Außerdem wird es über die Feiertage wahrscheinlich nur einen Vlog irgendwann mal geben, weil ich noch nicht genau weiß, wie meine Zeitplanung aussieht. Aber ohne längeres Geschwafel, das will ich heute erledigen. Das Skript für dieses Videoschreiben. Diese Liste auf Karton schreiben. Pause. Schlafzimmer aufräumen. Schlafzimmer saugen. Socken waschen und trocknen. Unterhosen waschen. Auf den Ständer packen. Pause. Kleidung waschen. Kleidung aufhängen. Müll sammeln. Pause. Noch mehr Pause. Fenster putzen. Papiermüll zerreißen. Den Papiermüll rausbringen. Das Bad aufräumen. Kühlschrank putzen. Den Flur aufräumen. Pause. Flur saugen. Bad saugen. Pause. Küche saugen. Hüren säubern. Und dafür benötige ich ein Stück Karton, einen Stift, einen Müllsack, ein Mikrofasertuch, ein Schwämmchen, ein Eimer, eine Auswahl an Reinigungsmitteln, Schuhe, nicht die, die richtigen Schuhe, eine Waschmaschine, einen Staubsauger, ein Wischmob, einen Wischmob mit etwas sauberem Mops-Fussel-Dingsbums. Musik. Und, äh, ich. Erste Pause geschafft. Los geht's mit Schlafzimmer aufräumen. Das kann man doch brauchen. Na klar. Alter, guck doch hin, was du machst. Und das nennst du aufgeräumt? Ja. Und falls ihr euch jetzt wundert, was mit dem Wäscheberg ist, der wird irgendwann mal gewaschen. Und das hier kommt in die Kleiderspende. Und das hier sind Hüte. Und das hier muss ich irgendwann mal aufbauen. Und das hier kann man zum Versenden von Dingen benutzen. Und das zeige ich euch nicht. Da ist kein Grund, warum das nicht aufgeräumt ist. Aber das ist mir egal. Schlafzimmer aufräumen. Geschafft. Weiter mit Schlafzimmer saugen. Hallo, das war teuer. Schlafzimmer saugen. Abgeschlossen. Und jetzt Socken waschen. Oh ja. Stopf's richtig rein. Oh. Ja, ja, ja. Falsches Waschmittel. Bla, bla. Ich hab doch gar nichts gesagt. Socken waschen. Abgeschlossen. Weiter geht's mit Müllsammeln. Wow. Gerade noch die unteren zwei Punkte hinzugefügt. Ups. Erstmal Päuschen und Vitamin C tanken. Äh. Pause erfolgreich abgeschlossen. Naja. Das sieht eh niemand. Doch. Ey, ich hab das. Halt. Moment. Kraftdisziplin, Papier zu reißen. Dein Ernst? Ja, ja, ja. Ist ja gut jetzt. Oh mein Gott. Voll gemacht. Sehr verehrte Damen und Herren, Maggi. Nein, nein, nein. Nicht so. Nein. Das Innere. Das Innere vom Kühlschrank. Innen drin. Innen. So ist fein. Nein, du musst das. Du musst das. Ja, kippen. Ja, genau. Und hier nach vorne, nach vorne, runterkippen. Nein, nicht so. Runter. Ja, toll gemacht. Auch wenn es ein bisschen langsam war. Ey, Moment. Warum sind da mehrere von euch? Nein, nicht einrollen. Nein, nein. Ja, nun guck doch nicht so. Ja, die ist fertig. Ja, die ist fertig. Und jetzt ran an die Klamotten. Auch wenn ihr euch halt hundertprozentig sicher seid, dass ihr alle eure Taschen geleert habt, guckt immer nochmal nach. Sonst hätte ich jetzt eine Speicherkarte weniger. Ich merke gerade, wie ich mich die ganze Zeit versuche, vor meinem Schreibtisch aufräumen zu drücken. Äh, das ist das Pièce de Résistance und das wird jetzt angegangen. Jetzt könnt ihr euch sicherlich vorstellen, warum ich mich die ganze Zeit davor gedrückt habe. Es sieht haupt aus wie Scheiße. Eures hilft alles. Und falls ihr euch fragt, warum ich immer einen kleinen Meterstab am Tisch habe, das ist mein Handschmeichler. Ich konnte mir leider kein Butterfly leisten, deswegen habe ich das hier. Anweilig. Auch hier habe ich mir wieder mal selbst bewiesen, dass eigentlich vor solchen Aufgaben gar keine Angst zu bestehen hat. Denn es hat jetzt ungefähr 26 Minuten gedauert. Ich meine, klar, es sieht immer noch aus wie Zeug, aber es ist nur mal mein Schreibtisch und ich brauche mein Zeug da, weil 14. Also, das ist wichtig für mich. Die 17 Stunden kommen hier zustande, weil ich gestern so gegen 6, 7 aufgehört habe, es quasi aufzuräumen. Und habe dann angefangen zu schneiden, habe dann noch ein bisschen was gespielt, ein bisschen was geguckt. Und habe heute so gegen 12 oder so was wieder angefangen zu schneiden. Das ist eine sehr große, lange, schwere Pause gewesen. Sehr anstrengend. Ich glaube, ich brauche noch eine. So viel zum Thema hochwertig, ne? Da ist Lack drauf, da habe ich dickere Haare als die Lackschicht hier. So, jetzt noch saugen und wischen und ein bisschen Kleinkraben und dann sind wir durch. So, das war also mein Großreinemachen. Das Staubsaugen zeige ich euch jetzt nicht mehr. Das Wischen müsst ihr auch nicht sehen. Das ist völlig irrelevant. Vor allem muss ich jetzt das Video erst fertig schneiden, bevor ich das tue, damit ich das überhaupt mal 18 Uhr erst rausbringe. Sagt mir in den Kommentaren, wie ihr es gefunden habt. Lasst mir einen Daumen da, falls ihr es geliked habt. Wow, geliked. Falls ihr es genossen habt, mir zuzusehen. Und wir sehen uns demnächst wieder. Frohe Weihnachten. Und falls wir uns davor nicht mehr sehen, einen guten Rutsch. Bis zum nächsten Mal.